Falaros & Friends 2018 ist wieder ein riesen Event. Wir sind mit der ganzen Familie angereist, haben echt Spaß. Diese Strecke ist schön und ihr bekommt gerne wieder her. Der Event ist top, ist eine tolle Location hier und ist richtig was los. Wir haben eine Offroad Erlebnis Reiseagentur in Schweden. Unser Schwerpunkt ist definitiv die Wintersaison, wo wir mit 50 Schneescootern aufgestellt sind, der Marke Polaris. Musik 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020